Die Politiker beschwören ja immer die christlich-jüdische Tradition unseres Landes. Wenn ich jetzt hier noch von Frau Merkel ein Zitat rausgreife, wo sie in einer Regierungserklärung sagt, es sei völlig außer Frage, dass die historische Prägung unseres Landes christlich und jüdisch sei. Da fragt man sich, wo ist die praktische Unterstützung? Und vor allen Dingen, wenn Sie diese Entwicklung benennen, wie lange wird es überhaupt noch christlich-jüdisches Leben geben bei den Entwicklungen, die wir erleben? Also diese formalen Erklärungen der Unterstützung jüdischen Lebens haben sehr oft Alibi-Charakter. Wissen Sie, das Problem ist, dass die Dinge nie schwarz-weiß sind. Es gibt natürlich ernsthafte Sorge auch um jüdisches Leben. Und jüdisches Leben wird ja hier auch geschützt. Allerdings die Notwendigkeit, es zu schützen, wird als Pflicht betrachtet. Deklamatorische Akte gegenüber guten, weil toten Juden, beispielsweise bei, es wird kein Gedenktag ausgelassen, sind das eine. Aber für die lebenden Juden ist das kein Trost und keine Unterstützung. Es wird der Schüler, dem Schüler wird empfohlen, die Schule zu verlassen und nicht dem Übeltäter, der ihn gemobbt hat. Das ist die falsche Betrachtungsweise. Es gibt in dem Falle eigentlich keine Lobby. Der Zentralrat interveniert selten. Erfährt auch häufig gar nicht die Problematiken. Nicht jede einzelne Problematik wird, die Mainstream-Presse nimmt das nicht auf. Wenn es von rechts kommt, wird es thematisiert. Kommt es von links und von islamischer Seite, wird es relativiert und kleingeredet. Und solange man die Diagnose nicht stellt, wird man auch keine Therapie da. Das ist die Antwort auf die Frage, wo bleibt die Lobby? Solange die Diagnose nicht aufrecht gestellt wird, ehrlich und ohne die geringste Schminke, solange wird auch keine wirksame Medizin dagegen eingesetzt werden. Sie haben selber mal gesagt, die freiheitliche westliche Lebensweise und die großen Errungenschaften des Abendlandes in Kultur, Kunst und Wissenschaft sind untrennbar mit dem Judentum verbunden. Wenn wir jetzt sehen, dass die Entwicklung des Anteils jüdischer Mitbürger eigentlich ja stark rückläufig ist und diese Einschränkungen, die Sie gerade beschreiben, bedeutet das nicht auch, dass wir damit genau diese Errungenschaften, die kulturellen und freiheitlichen, auch mit rückläufig behandeln? Das bedeutet das ohne Zweifel. Es ist eine kulturelle Verarmung. Es ist eine definitiv kulturelle Verarmung, wenn Juden aus dem Land abwandern. Juden, habe ich schon eingangs gesagt, Juden fühlen sich dort wohl, wo Freiheit, Demokratie und Rechtsachtung bestehen. In dem Moment, wo Rechtsverachtung mittlerweile an allen möglichen Stellen sichtbar wird, in dem Moment wird die gesamte Situation für die Juden unerträglich und es wird natürlich auch für das gesamte Land, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme, im Moment sind es die Juden. Es wird insgesamt problematisch werden, das Zusammenleben. Solange die Migration nicht so vorgenommen wird, dass sowohl die integrationsbereiten islamischen Menschen als auch vor allem die hier ansässigen und die anderen Ethnien und anderen Religionen und Kulturen geschützt werden, in dem Sinne, dass sie wirklich wirksam geschützt werden und nicht nur durch Wachen vor ihren Beet stellen, solange wird es kein vernünftiges Zusammenleben geben und solange wird es jüdische Abwanderung geben, weil die die vulnerabelste Stelle sind. Die erste und vulnerabelste Stelle. Was ich auch interessant fand, Sie schrieben mal, dass Flucht, Migration und Entwurzelung, wenn sie massiv auftreten, häufig beides, Folge und Ursachen von Kriegen und Umstürzen und Auseinandersetzungen sind. Das hat die Geschichte gelehrt, ja. Das ist so. Und das Narrativ, was wir ja seitens der Politik hören, ist immer nur, Migration ist ein Menschenrecht und sie ist auch notwendig, Stichwort Fachkräftemangel. Tun wir heute Ihrer Meinung nach so, als gäbe es nur eine positive Seite zur Migration? Wir orten das falsch ein. Gucken Sie mal, es gibt, solange es derart attraktiv ist, hier zuzuwandern, weil die anderen Staaten entweder fail-state sind, aus denen man auswandert, weil man, pardon, weil man die anderen Staaten, weil die anderen Staaten entweder fail-state sind, unrechtslüsse Systeme sind, Kriege dort bestehen und hier Migration attraktiv ist und auch trotz Verletzung der bestehenden Rechte, der Kultur, all der Dinge, Missachtung, Verachtung der Kultur, trotzdem keine Remigration erzwungen wird, wird es dazu führen, dass die Migration hier zu Unruhen führen wird, immer stärker. Es ist ganz interessant, es trifft ja vor allem nicht die Politik und nicht die Privilegierten, die Bodyguard geschützt, 24 Stunden Bodyguard geschützt, in gepanzerten Lemosinen durch die Straßen fahren, Privilegierte und Wohlhabende werden zuletzt betroffen. Zuallererst sind es die Leute, die täglich zur Arbeit gehen, die täglich in den Einkaufsstraßen sind, die täglich unsere öffentlichen Verkehrsmittel benutzen müssen. Sie finden auch unsere grünen Abgeordneten nicht in öffentlichen Verkehrsmitteln, auch nicht auf Fahrrädern. Sie finden sie vor allem in Lemosinen und die merken nicht, wie sehr eigentlich das tägliche Leben mittlerweile sich verändert hat. Heute ist ein Ausflug in die Fußgängerzone fast ein Abenteuer. Eine Fahrt mit der U-Bahn oder S-Bahn. Es gibt kaum noch Eltern, die nicht sagen, bitte pass auf in der S-Bahn, es ist gefährlich. Solange das so ist, wird quasi, und die Privilegierten das nicht einsehen, dass der untere Teil der Bevölkerung, der einkommensschwächere und der weniger privilegierte Teil der Bevölkerung, der leidend ist, solange werden sie auch nicht verhindern können, dass sich dort Veränderungen ergeben, dass das auch ein Abdriften nach rechts bedeuten kann. Entscheidend ist ja auch, was das Thema Migration angeht, das Thema Integration. Das fand ich sehr interessant, was Sie über Ihre eigene Biografie geschrieben haben, nämlich, dass Ihre eigene Integration in Deutschland der Disziplin und der Klaglosen ohne ständige Schuldzuweisung an andere auskommende und ohne sich selbst bemitleidende Wehleidigkeit gelebte Entbehrungsbereitschaft Ihrer Eltern geschuldet ist, den Kindern in eine integrierte Zukunft. Ein neuer geschriebener Satz, ich will ihn mal ganz kurz vielleicht etwas entschärfen, diesen langen, wenn man ihn liest, dann ist es einfacher. Ganz einfach, man kann herkommen und eine Anspruchshaltung entwickeln, ohne Leistungsbereitschaft, und sagen, ich muss das alles bekommen, das ist das, was ich hier häufig beobachte. Was die alteingesessenen muslimischen Freunde, die ich habe, auch beobachten an der neuen Migration. Eine Erwartungshaltung, die nicht mit einer eigenen Leistungsbereitschaft gekoppelt ist. Mein Vater dagegen hat zu mir gesagt, und ich sprach kein Deutsch, mein erstes Diktat in Deutschland, das war eine Katastrophe, Feuer, F-O-J-E-R, wie soll ich wissen, dass die EU ein diakritisches Zeichen für Eu ist. Wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht. Er hat gesagt, dann setzt du dich hin und liest und lernst die Sprache. Und ich habe sie, man kann mich mal wieder mal einkaufen schicken, ich habe sie gelernt. Das heißt, er hat vor allem Leistungsbereitschaft und dann erst das Fordern von der Gesellschaft gestellt. Ist es das, was vielleicht auch gesellschaftlich fehlt, dieses Thema Eigenverantwortung, also gesamtgesellschaftlich und auch mit Blick auf das Thema Integration? Ja, das ist es. Es ist eine Integrationsunfähigkeit, nicht nur eine Integrationsunfähigkeit, die glaube ich gar nicht, dass die gegeben ist. Ich glaube vor allem eine Integrationsunwilligkeit ist das Haupt. Wieso sollen wir uns hier integrieren? Wir kommen hierher, und das ist besonders bemerkenswert, dass die Leute Länder verlassen, in denen sie die Länder wegen der dortigen unmöglichen Strukturen verlassen, wegen der unmöglichen Zustände, und dann dieselben Zustände wieder hierher beiführen wollen. Das ist völlig irre. Also mein Vater hat gesagt, das Erste, was du tust, du bist gut in der Schule und du lernst. Und wenn du lernst, dann hast du auch Aussichten. Und solange das im Elternhaus nicht sozialisiert wird, wird es Integrationsunwilligkeit geben und die wird automatisch zu den Spannungen führen, wie sie heute jeden Tag weiter auseinanderklafen. Messerattacken, sieben, acht Stück am Tag, die kaum noch thematisiert werden, über 3.000 Messerattacken. Das ist eine, es gab schon mal Messerangriffe, aber eine Verbrechensart, die gab es gar nicht vorher. Das ist neu. Das liegt an den sozialen Spannungen, die dadurch entstehen, dass Anspruchshaltung und Leistungsbereitschaft auseinanderklaffen. Und das war mir untersagt worden. Vielleicht noch zwei Fragen zum Abschluss. Wenn Sie jetzt die Zukunft des europäischen Kontinents betrachten, wie sehen Sie jetzt mit der Demografie, die wir haben, Sie haben es eben mit Blick auf die Schulen gesagt, die Zukunft für jüdisches Leben in Deutschland? Ich sehe es eigentlich fünf Minuten nach zwölf. Wenn das so weitergeht, die Entwicklung, dann ist jüdisches Leben, Sie brauchen doch gar nicht mich dazu. Gucken Sie sich doch mal die Staaten an im Mittleren Osten. Da waren überall blühende jüdische Gemeinden. Die sind entweder dezimiert oder vollständig verschwunden. Ob das Syrien ist, ob das die Türkei ist, ob das der Iran ist. So viel jüdisches Leben gab es in diesen Staaten. Das ist verschwunden. Es ist deshalb verschwunden, weil die Juden sozusagen hinausgedrängt worden sind. Und Europa ist noch nicht so weit, aber es ist auf dem Weg dahin. Und vor allem, es wird deshalb falsch gehandelt, weil man meint, dass man mit einigen Gedenkveranstaltungen das aus der Welt schafft. Das ist nicht das, was gefordert ist. Wir brauchen keine Gedenkveranstaltungen für tote Juden. Wir brauchen effektive Aufklärung und vor allem drakonisches Verhalten beim Zuwiderhandeln gegen soziales Zusammenleben mit den Juden. Aber auch mit den Christen hier. Denn wenn die Christen glauben, sie können sich zurücknehmen, das ist ja ein jüdisches Problem, dann täuschen sie sich sehr in dem Moment, wo die Waagschale umschlägt und sie wird umschlagen. Und wenn man dafür auch heute nach rechts verortet wird, wenn man das sagt. Wir haben eigentlich die Dinge, die heute da sind, schon vor Jahren geschrieben, die heute jeder sagt. Sogar die Zeitungen, die uns damals widersprochen haben, räumen es heute ein, ohne uns natürlich deshalb jetzt in irgendeiner Weise zu sagen, ihr hattet recht, das räumt keiner ein. Aber es ist genau das. Und heute kann man schon voraussehen, dass über Jahre, wenn diese, ich muss ja nur extrapolieren, wenn diese demografische Entwicklung weitergeht, es auch ein Problem nicht nur für die Juden sein wird, sondern auch für die christliche Umwelt. Sehen Sie da, weil sich das vermutlich auch die Zuschauer fragen, etwas, was jeder Einzelne dazu beitragen kann, um die europäische, die deutsche Zukunft für ein friedliches Zusammenleben und auch eine prosperierende Religionsausgabe. Nicht die Parteien wählen, in einer Demokratie kann man die Zustände ändern mit einer Wahl. Nicht die Parteien wählen, die dieses Problem nicht erkennen. Ich für mich, auch wenn ich vielleicht deshalb angegriffen werde, gilt die 3G-Regel. Grün geht gar nicht. Erkennt es überhaupt nicht. Es ist ein Problem, wenn Frau Roth bei der Abstimmung über die BDS-Veranstaltung sagt, sie teilt nicht die Ansicht des Bundestages, obwohl es eine klare antisemitische Bewegung ist. und sich dann mit den indonesischen Antisemiten zusammentut und auf der Documenta Dinge ausstellt, die unfassbar sind. Unfassbar. Den Stürmerstil. Julius Streicher wäre stolz gewesen. Das ist unfassbar. Und solange das eben so ist und man das nicht erkennt, sehe ich da keine Abhilfe. Die Abhilfe jedes Volk hat letztlich die Regierung, die es verdient. Und man kann sich anders verhaltenem wählen. Und jetzt gibt es ja Lichtblicke, es sinkt der Stern. Und wir müssen darauf achten, dass wir unsere freiheitliche, demokratische Grundordnung, unsere westlichen Lebenswerte, unsere Kulturwerte, die wir haben, und wir haben viele, dass wir diese Kulturwerte erhalten. Und das können wir nur, indem wir uns dadurch wehren, dass wir vernünftig wählen. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Herr Dr. Kornsecher, ganz herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Es war ein sehr lebhaftes, tolles Gespräch. Danke sehr. Vielen Dank. Ich danke Ihnen, dass ich eingeladen war. Das war sehr nett von Ihnen, dass Sie an mich gedacht haben. Danke. Danke sehr. Und liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal.